Hier ist Wasser. Da vorne ist gleich das Tor. Das ist gar nicht wuff, wuff. Untertitelung des ZDF, 2020 Amen. 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 Das ist was für der Herrmann. Schrubhobel, Schlichthobel, Putzhobel. Oh, das ist eine Schraubzwege oder sowas. Okay. 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 Wow. Okay. 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 Alter, das ist, wie man so schön sagt, wie ich so schön sage, Ostbarock. Oh, ich muss. UNTERTITELUNG Ich bin genau in dem Erdgeschoss, da kann ich jetzt gehen. Das ist aber wo eigentlich Lust weiter? Ich bin genau in dem Erdgeschoss, da kann ich jetzt gehen. Wahrscheinlich wird hier trotzdem schon ein wildes Ausstieg, ich kann einfach ausgeholt. Meine Freunde, die er liegt. Ich bin genau in dem Erdgeschoss. 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 Irgendwie sieht das nach Baustelle aus. Wand oder Decke. Paneel. Hammer Heizkörper. Ich bin genau in dem Erdgeschoss. Ich bin genau in dem Erdgeschoss. Ich bin genau in Erdgeschoss.